Wer hat sich heute früh die Zähne geputzt? Wer hat sich heute in der Früh das Gehirn geputzt? Zum Beispiel durch Meditation. Da sehen wir eine klare Kluft zwischen Zähneputzen und Gehirn- oder Geistputzen. Und ich möchte Sie davon überzeugen, dass Psychohygiene so ganz alltäglich sein sollte wie das Zähneputzen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Gedanken nutzen können als Medizin, eben um Ihre Gesundheit, Ihren Körper zu beeinflussen. Aber zunächst mal, ich finde es großartig, hallo Enz, ich finde es großartig, dass wir hier sein dürfen, mit unserem Körper physisch hier sein können, ohne Maske sogar. Bitte schauen Sie doch mal nach links, schauen Sie doch mal nach rechts und sagen Sie zu Ihren Nachbarin, Ihren Nachbarn, hey, du siehst so viel besser aus als auf Facebook. Schauen Sie sich doch gegenseitig an, Sie sehen so viel besser aus als auf Facebook. Großartig. Starten wir mal mit einem kleinen Experiment. Sie brauchen nur eine Hand, egal ob rechts oder links und bitte die Handfläche nach oben und dann mit dem Daumen den kleinen Finger berühren. Daumen und kleiner Finger verbinden sich, Handfläche nach oben und dann drehen Sie so die Handfläche so zu sich Richtung Kopf rauf. Und schauen Sie mal, ob hier am Armgelenk, am Handgelenk eine Bewegung sichtbar ist, ein Muskelstrang sichtbar wird, so in der Mitte des Handgelenks. Das ist der Musculus palmaris longus. Können Sie gerne aufschreiben, Musculus palmaris longus ist auf jeder Party der Knüller. Gibt es jemanden, der ihn nicht gefunden hat? Hat ihn jeder? Okay, also ist kein großes Problem. 15% der Menschen haben diesen Muskel nicht. Und eigentlich spielt er überhaupt keine Rolle mehr, denn er war uns Nutze zu einer Zeit, als wir auf allen Vieren gegangen sind, als wir auf Bäume gekraxelt sind. Da war er uns hilfreich, der Musculus palmaris longus. Er ist ein Relikt der Vergangenheit, so wie der Blinddarm aus einer Zeit stammt, als wir uns von rohen Pflanzen ernährt haben. Oder die Gänsehaut aus einer Zeit kommt, als wir ein Fell hatten. Wir haben also an unserem Körper, wenn man so will, eine veraltete Hardware. Und so wie wir eine veraltete Hardware am Körper haben, so haben wir auch im Kopf, im Gehirn, in unserem Geist eine veraltete Software. Stellen Sie sich vor, so Steinzeit. Sie gehen mit einer Kollegin, einem Kollegen spazieren durch die Savanne und plötzlich hinten raschelt es. Und jetzt sagt die Kollegin, der Kollege, du immer mit deinem Säbelzahntiger, jetzt lass uns doch positiv denken. Wird schon nichts sein. In neun von zehn Fällen mag die Person recht gehabt haben. Aber das eine Mal waren sie Tigerfutter. Und daher ist unser Gehirn auch zu einem negativen Pol. Er kommt aus einer Zeit, als es ums Überleben ging und als es im Zweifel besser war, pessimistisch zu sein, Angsthase zu sein, Schisser zu sein, als übersträubend vor Optimismus und positiven Denken zu sprühen. In unserem Gehirn, ich zeichne das kurz auf, ich sage gleich, zeichnen, das war in der Schule für mich immer ein Drama, aber Religion dafür eins. Das soll ein Hirn sein, vorne, hinten, oben, unten. Und wir haben in unserem Gehirn, hier so im Schläfenbereich drinnen, eine Alarmanlage. Diese Alarmanlage, die Amygdala, die geht los, wenn eben zum Beispiel wir Flugangst haben und ins Flugzeug steigen, wenn wir Angst vor Spinnen haben und wir sind im Keller und da ist eine große, fette Hausspinne oder vielleicht, wenn sich die Schwiegermutter fürs nächste Wochenende angekündigt hat. Dann geht diese Alarmanlage los und das Erstaunliche oder das Besondere ist, diese Alarmanlage schrillt nicht nur bei tatsächlichen oder möglichen Gefahren, die wir von außen wahrnehmen, nein, die geht auch los auf Gedanken. Allein der Gedanke, da könnte was sein, was gefährlich ist, was nicht gut ausgeht, was uns nicht so passt, aktiviert diese Alarmanlage. Und es geht so eine Stressreaktion los in unserem Körper, alles verkrampft sich, das Immunsystem geht aus dem Gleichgewicht, die Hormone kommen aus dem Gleichgewicht. Und bei Ängsten, bei Depressionen ist es ziemlich klar, oder, dass die mit Gedanken verbunden sind. Bei Ängsten vielleicht so Gedanken wie, was ist, wenn das Flugzeug abstürzt? Bei Depressionen so Gedanken wie, irgendwie ist alles sinnlos. Aber wie schaut es eigentlich aus mit Asthma, mit Migräne, mit Reizdarm und so weiter? Welche Rolle spielen da Gedanken? Vielleicht kennen Sie das, hoffentlich nicht von sich selbst, aber von anderen in Ihrem Umfeld, dass Menschen sagen, ja, ich habe Migräne und wenn ich gestresst bin, dann kommt diese Attacke eher. Und das Center for Disease Control and Prevention in den USA kommt zum Ergebnis, dass in 75% der Fällen, in 75% der Fälle, die wir zum Hausarzt gehen, eine stressbedingte Ursache dahinter steckt. So massiv wirkt also Stress, zum Teil eben auch negative Gedanken, auf unsere Gesundheit. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann denken wir halt einfach positiv oder denken wir positiv, ist ja ganz einfach und so weiter. Nein, ganz so ist es nicht und ich zeige Ihnen warum. Das hat nämlich mit dem Aufbau unseres Gehirns, unseres Geistes zu tun. Sie können sich unser Gehirn, unseren Geist vorstellen wie einen Eisberg. Dieses Modell geht auf Sigmund Freud zurück. Über der Wasseroberfläche, der sichtbare Teil ist unser Bewusstsein. Unser Verstand, die Logik sitzt da, die Sprache. Unter der Wasseroberfläche, der weitaus größte Teil, aber unsichtbar, ist das Unbewusste, sind unsere Emotionen, unser Antrieb und so weiter. Und jetzt stellen Sie sich vor, hier oben geht ein Wind von hier nach hier. Und hier unten geht eine Strömung von da nach da. Wohin schwimmt der Eisberg? Der Eisberg schwimmt in die Richtung jener Kräfte, die da unten wirken. Und genauso ist es eben mit unserem Gehirn, mit unserem Geist. Das Unbewusste hat in Wahrheit das Sagen. Und da gibt es so ein paar Beispiele, die ich mitgebracht habe. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor Angst. Auf bewusster Ebene, es kann mir nichts passieren, da kann nichts passieren. Auf unbewusster Ebene aber Signale, die zum Beispiel zu einem flauen Gefühl im Magen führen. Oder stellen Sie sich vor, jemand hat so ziemlich alles, was man sich wünschen kann. Eine gute Beziehung, gutes Einkommen, ein schönes Haus. Könnte eigentlich glücklich sein. Auf bewusster Ebene, es geht mir ja gut. Aber irgendwo auf der Ebene fühlt sich der Mensch vielleicht so in einer Lebenskrise. Irgendwie, es passt nicht. Oder? Ganz banal, das Rauchen. Auf bewusster Ebene wissen wir doch alle, dass Rauchen ein Blädsinn ist und ungesund. Aber auf unbewusster Ebene halt, es fühlt sich schon irgendwie so entspannend an, eine Zigarette anzuzünden. Also Sie sehen, zwischen Bewusstsein und Unbewussten kann es ordentlich auseinander gehen. Und zu sagen hat eben das Unbewusste. Und daher ist das reine positive Denken auf dieser Ebene eben mehr oder weniger ein Kratzen an der Hirnoberfläche. Dagegen hat das Unbewusste und wie das Bewusstsein da mit den unteren Schichten zusammenarbeitet, eben eigene Gesetze. Und die möchte ich Ihnen zeigen und in drei Schritten letztendlich zeigen, wie Sie Ihre Gedanken nutzen können. Ihre Gedanken nutzen können, um mehr Gesundheit zu erzielen. Punkt eins ist einmal, stellen Sie sich Ihr Gehirn als Gefäß vor. Ein Gefäß so wie ein Wasserkrug zum Beispiel. Wenn dieser Wasserkrug voll Wasser ist und Sie wollen neues, frisches Wasser reintun, das wird nicht gehen. Und genauso ist es mit unserem Gehirn. Das ist ein Gefäß und meistens ist es voller Gedanken. Wir ärgern uns vielleicht noch über den einen Autofahrer auf der Autobahn und sind da in Gedanken noch bei dem. Oder wir denken, hoffentlich gibt es heute Abend keine Aufstrichbrötchen, sondern was Gescheites. Das heißt, wir sind mit den Gedanken woanders und die Gedanken sind voll. Oder das Gehirn ist voll dieser Gedanken. Das heißt, starten wir doch einmal, das Gefäß Gehirn noch ein bisschen zu entleeren, damit überhaupt erst Platz ist für Neues, für neue Gedanken. Und dazu ein kleines Experiment, eine kleine Übung, die dauert eine halbe Minute. Und ich würde Sie bitten, in dieser halben Minute von 30 still runterzuzählen in zwei Schritten, also 30, 28, 26 und so weiter. Wenn diese 30 Sekunden vorbei sind, sage ich es. Wenn Sie schneller sind als die 30 Sekunden, kein Problem, zählen Sie dann wieder rauf von 0 dann auf 2, 4 und so weiter. Ich hoffe, das war gut verständlich, aber probieren geht ja bekanntlich über studieren. Probieren wir es einfach mal aus. Ich warte, bis der Sekundenzeiger auf 0 ist und geht schon los. Dankeschön. Schon mitgekommen? Ein paar waren schneller. Ich hoffe, Sie haben dann wieder raufgezählt. Wer war denn bei 0, 2 oder 4? Super wert, ja toll. Das heißt, Sie haben auch eine sehr gute Innenwahrnehmung, ein sehr gutes Zeitgefühl, auch letztendlich ein gutes Taktgefühl. Aber die gute Nachricht ist, wir alle, die diese Übung gemacht haben, haben davon profitiert. Weil was passiert, wenn wir uns auf dieses Zählen konzentrieren? Alle anderen Gedanken schieben wir zur Seite. Wir sind voll und ganz bei diesem Zählen. Und deswegen haben auch sehr viele Meditationstechniken, zum Beispiel als Anfang, dass Atemzüge zählen. Weil wir, und die Frauen sind ja nicht anders als die Männer, weil wir Singletasker sind. Wir können uns auf eines sehr intensiv bewusst konzentrieren. Und so nebenbei haben wir jetzt also ein bisschen Platz geschaffen. Ein bisschen Platz geschaffen für neue Gedanken. Und schauen uns mal an, wie das genau funktioniert zwischen dem hier und dem hier. Denn da gibt es tatsächlich so etwas wie eine Verbindung, so etwas wie einen Hebel. Und wenn Sie diesen Hebel setzen, können Sie in den tiefen Schichten des Gehirns etwas verändern Richtung Gesundheit. Und drei Beispiele aus der Forschung habe ich mitgebracht. Drei wirklich spannende Erkenntnisse. Forschungsergebnis Nummer eins. Zimmermädchen. Stellen Sie sich eine Gruppe von Zimmermädchen vor. Also Zimmermädchen haben ja an sich einen sehr körperlich anspruchsvollen Job. Betten machen, putzen und so weiter. Da ist sehr viel Bewegung dabei, sehr viel Aktivität. Und dieser Gruppe von Zimmermädchen sagt man, was ja auch wahr ist, dass das, was sie tun, gesund ist, weil das Bewegung ist. Das entspricht der Bewegung, die wir so machen sollen, um den Körper auch ausreichend mit Sport auch zu versorgen. Und der zweiten Gruppe von Zimmermädchen gibt man diese Information nicht. Einen Monat später fragt man nach, schaut nach. Das Leben der beiden Gruppen hat sich nicht verändert. Aber die Zimmermädchen, die informiert wurden, dass sie da was Gesundes tun, dass sie da Sport betreiben, haben im Schnitt so um ein Kilogramm abgenommen und der Blutdruck ist um zehn Punkte runtergegangen. Der Körper hat sich allein auf diesen Gedanken, ich mache da was Gutes, was Gesundes, angepasst. Spannende Geschichte, oder? Diese Zimmermädchen-Studie aus den USA. Eine andere Studie. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen einen Milchshake. Auf diesem Milchsteck steht drauf, dass der hochkalorisch ist, also da ist viel Zucker drin und so weiter. Sehr sättigend. Sie trinken den Milchshake. Danach misst man Ihr Hungerhormon Gerilin. Dieses Hungerhormon sackt ab, nachdem Sie den Milchshake getrunken haben. Eine Woche später kriegen Sie wieder einen Milchshake. Und da steht drauf, Diätmilchshake, Low Carb und so weiter. Sie trinken den, man misst nachher das Hungerhormon Gerilin und es fällt nicht mehr so stark ab, ganz wenig nur. Das Spannende ist, Sie haben in beiden Fällen denselben Milchshake bekommen. Nur die Verpackung, nur die Beschriftung war anders. Und indem Sie geglaubt haben, Sie trinken einen hochkalorischen Milchshake, ist das Hungerhormon rasant runtergegangen. Also Ihr Glaube, Ihre Überzeugung, Ihre Annahme beeinflusst sogar das Hormonsystem. Und drittes Beispiel, auch wieder aus den USA. Stellen Sie sich Diabetiker vor. Zuckerkranke, die haben als Aufgabe, Computerspiele zu machen und sollen das Computerspiel alle 15 Minuten ändern. Und damit Sie das tun, haben Sie eine Uhr auf der Seite, da können Sie immer nachschauen. Und bei einer Gruppe von Diabetikern hat man die Uhr so manipuliert, ohne dass Sie es davon wussten, so manipuliert, dass die Uhr doppelt so schnell ging. Bei der anderen Gruppe von Zuckerkranken hat man die Uhr so manipuliert, ohne dass Sie es wussten, dass die Uhr halb so schnell ging. Und die dritte Gruppe hatte eine normal laufende Uhr. Was glauben Sie passiert mit dem Blutzuckerspiegel? Richtet sich der Blutzuckerspiegel nach der realen, tatsächlichen Zeit oder nach der persönlich subjektiv wahrgenommenen, geglaubten Zeit? Es ist tatsächlich so, dass die subjektiv geglaubte Zeit dies, die den Blutzuckerspiegel beeinflusst hat. Das heißt, läuft die Uhr doppelt so schnell, geht der Blutzuckerspiegel entsprechend rasch runter. So drei Beispiele, die zeigen, wie Gedanken den Körper, unsere Physiologie beeinflussen. Auf Englisch würde man hier von Mindset sprechen, auf Deutsch können wir von innerer Überzeugung, innerer Haltung reden oder einfach von Annahme. Unsere Annahme, die wir gegenüber Dingen haben, ist so dieses Bindeglied zwischen oben und unten in unserem Gehirn und beeinflusst dann in weiterer Folge, denn an diesem Unbewussten hängt natürlich der Körper dran, beeinflusst dann eben unseren Körper. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Annahmen haben wir so in unserem Leben? Zum Beispiel, siehe Zimmermädchen über unsere Arbeit. Haben wir körperlich viel zu tun? Empfinden wir das als anstrengend, ungesund, stressig? Oder sehen wir das als Möglichkeit der sportlichen Ertüchtigung? Und wenn wir sehr geistig viel arbeiten müssen, sehen wir das als anstrengend, auslaugend, vielleicht sogar als langweilig? Oder betrachten wir das als Hirntraining und als Chance vielleicht sogar, sich selbst und seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Zwei verschiedene Annahmen für ein und dasselbe könnte massive Unterschiede für den Körper haben. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel hier. Sagen wir mal, sie haben eine andere Einstellung zu Stress. Es heißt ja immer, Stress ist ungesund. Aber was wäre, wenn sie Stress als Chance sehen würden, mehr Energie bereitzustellen? Welchen Einfluss hätte das auf den Körper? Tatsächlich ist der Glaube, dass Stress schädlich ist, nicht der Stress selbst, der Glaube, dass Stress schädlich ist, die 15 häufigste Todesursache in den USA. Und es wird bei uns nicht viel anders sein. Unsere Annahmen beeinflussen massiv unseren Körper, uns massiv unsere Wohlbefinden, massiv unsere Gesundheit. Und daher also, zweiter Schritt, zweiter Tipp, überdenken Sie Ihre Annahmen. Und schauen Sie, gibt es vielleicht nicht produktivere, konstruktivere Annahmen? Und wenn Sie jetzt mit dem ersten Punkt und mit dem zweiten Punkt nicht viel anfangen konnten, macht das nichts, denn es gibt noch einen dritten Punkt und der ist wirklich spannend und der ist wirklich wichtig. Dieser dritte Punkt hat zu tun, ich nenne das wie einen Brain Booster, hat damit zu tun, dass wir sehr stark auf Bilder reagieren, vor allem auch auf innere Bilder sehr stark reagieren. Und wir können innere Bilder nutzen, innere Bilder nutzen, den Körper zu beeinflussen. Dagegen, wenn ich jetzt ganz abstrakt wieder bewusste Ebene zu Ihnen sage, linke Seite von mir aus gesehen, stellen Sie sich vor, Ihr Herz soll schneller schlagen, rechte Seite, Ihr Herz soll langsamer schlagen, wenn Sie mich anschauen und ja, wie soll ich denn das machen? Oder ich sage zu Ihnen, seien Sie glücklich und Sie seien Sie traurig. Funktioniert nicht gut, aber mit den richtigen Bildern geht's. Und darum lade ich Sie ein, mit mir eine Übung zu machen, eine Übung, wo wir uns so ein schönes Bild auch herholen. Also machen Sie es gerne bequem, Füße fest am Boden, Arme, Hände schön abgelegt. Und wenn Sie möchten, können Sie auch die Augen schließen. Und dann fliegen Sie mal so in Gedanken über Ihr Leben und suchen Sie sich einen Moment, wo Sie glücklich waren. Es muss nicht der beste, schönste, tollste Moment gewesen sein, irgendein guter Moment reicht. Und wenn Sie den vor sich sehen, dann nicken Sie bitte einfach kurz mit dem Kopf. Also es kann sein, dass Sie jetzt eine Situation sehen, Menschen sehen, eine Landschaft sehen, vollkommen egal, was es ist. Schauen Sie mal, ob Sie dieses Bild etwas näher heranholen können, wie mit dem Zoom einer Kamera, so. Und das Bild wird größer und Sie schlüpfen richtig rein. Wenn Sie Farben sehen, machen Sie doch die Farben intensiver, das Rot-Roter, das Blau-Blauer, bei Schwarz-Weiß die Konturen schärfer. Schauen Sie mal, was da möglich ist. Wenn Sie was hören, Geräusche, Musik, Stimmen, auch die, vielleicht gehen die ein bisschen lauter, sodass es noch angenehm ist. Vielleicht riechen Sie was, vielleicht schmecken Sie was, muss nicht sein, kann sein. Und wenn dieses Bild still steht, machen Sie ein bisschen Bewegung rein, wie bei einem Kurzfilm. Schauen Sie mal, wie das ist, wenn sich da alles bewegt. Und beobachten Sie in Ihrem Körper, ob sich irgendwo irgendwas verändert hat. Ist es irgendwo weiter geworden, weicher? Ist es irgendwo wärmer geworden? Eine bestimmte Stelle oder so ganz generell über den Körper verteilt. Wenn das so ist, dann stellen Sie sich mal vor, wie das wäre, wenn dieses Gefühl stärker wird. Wie im Raum, könnte man uns vorstellen, ist so ein Thermostat. Ich gehe zu dem Thermostat und drehe an diesem Regler und wir machen das Gefühl doppelt so stark. Jetzt. Schauen Sie mal, was da passiert. Vielleicht geht es noch ein bisschen mehr. Ich gehe zum Regler. Schauen wir mal, vielleicht geht das Gefühl vier, sechs, vielleicht zehnmal so stark. Ganz egal, wie gut es jetzt schon gelungen ist. Nehmen Sie dieses Bild und dieses Gefühl mit in Ihren Alltag. Es gehört Ihnen. Und wann immer Sie sagen, ich hätte gerne ein gutes Gefühl, ich würde mich gerne ein bisschen entspannter, ein bisschen stärker fühlen, holen Sie es sich her und nutzen Sie es. Ich zähle ganz langsam bis fünf. Bei fünf können Sie die Augen wieder öffnen, sind hellwach und frisch. Es geht Ihnen gut. Eins. Atmen Sie einfach einmal tief ein und aus. Zwei. Spüren Sie, wie das ist, wenn der Körper sich aufrichtet. So, die Schultern gehen nach hinten, der Kopf nach oben. Drei. Vielleicht die Hände, die Füße sich so ein bisschen bewegen. Vier. Auch die Arme, die Beine sich bewegen. Wenn Sie möchten, können Sie auch die Hände reiben, bis sie schön warm sind. Und bei fünf ins Gesicht streichen und die Augen öffnen. Sie sind hellwach und frisch. Es geht Ihnen gut. Ja, ich sehe so ein paar lächelnde Gesichter. Erstaunlich, was so die Kraft der Bilder, der inneren Bilder alles vermag. Toll. Und das ist jetzt einmal natürlich sehr banal. Wir können uns ein Glücksgefühl herholen, auch ein Erfolgsgefühl herholen, ein entspannendes Gefühl herholen. Aber wie ist das eigentlich mit Gesundheit? Ich habe das tatsächlich dann bei mir selber erproben dürfen, als eines Tages ein Tinnitus kam. Da hat es so aus dem rechten Ohr, so richtig laut und nervig und schrill, da war so ein hoher Ton. Und meine erste Reaktion war, wie wahrscheinlich bei vielen, ich habe mich mal geärgert, weil es war nervig. Ich habe Angst gehabt, dass es bleibt, weil es wäre extrem einschränkend und habe mich aber dann ja schon beschäftigt gehabt mit so Themen wie mentales Training, Hypnose, positive Psychologie und habe mich dann auf das besinnt, was ich da gelernt habe und habe verschiedene Übungen gemacht. Eine gebe ich gerne mit. Ich habe mir vorgestellt, meine beiden Ohren wären Lautsprecher einer Stereoanlage und die Stereoanlage selbst ist das Gehirn. Also ich komme aus den 80er Jahren, da gab es dann noch diese Stereoanlagen und habe dann so hingehört, wie das ist, wenn aus dem rechten Lautsprecher dieses Geräusch kommt. Welche Tonhöhe hat es? Welche Lautstärke? Was kann ich da alles so drumherum wahrnehmen? Vielleicht die einen oder anderen von Ihnen, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, werden sagen, ah, das ist ja Achtsamkeit und Akzeptanz. Vollkommen richtig. Einfach beobachten, ohne was verändern zu wollen. Und im zweiten Schritt dann habe ich mir vorgestellt, ich gehe zum Lautstärkeregler und drehe so ganz leicht runter und habe so hingehört, was sich da tut. Und die ersten paar Mal hat sich überhaupt nichts getan. Dann aber habe ich gemerkt, da tut sich was. Ich habe gedreht, das Geräusch ging dann auch mal weg, kam wieder, ging weg, kam wieder. Es ging eine ganze Weile so. Aber jedes Mal, als es kam, war es ein bisschen weniger laut und weniger lang da. Und so nach circa einem halben Jahr blieb das Geräusch ganz weg. Sie seid ja nicht mehr gekommen, ich glaube verfolgt es, dass es so bleibt. Ja und für mich, als Mensch ist das natürlich etwas sehr Positives. Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass der Tinnitus weg ist. Bin aber natürlich auch als Wissenschaftler skeptisch. War es einfach Entspannung? Hatte ich zu viel Stress? Oder war es Zufall? Was sagt überhaupt die Wissenschaft dazu? Können wir körperlich mit Gedanken etwas verändern? Können wir unser Gehirn neu programmieren? Und da kommt man an einem Thema nicht vorbei, an einer Studie nicht vorbei, die Mitte der 90er Jahre publiziert wurde. Alvaro Pascalione, US-amerikanischer Neurowissenschaftler, hat folgende Studie gemacht. Und zwar war es als Aufgabe gestellt, ein Klavierstück zu lernen. Eine Gruppe musste ein Klavierstück lernen mit der rechten Hand, bekam so ein Keyboard und im Hintergrund war ein Metronom, 60 Takte pro Minute und so weiter. Und die mussten möglichst fehlerfrei das erlernen. Zwei Stunden am Tag, fünf Tage lang. Zwei Stunden pro Tag, fünf Tage lang dieses Klavierstück erlernen. Und am Ende waren sie natürlich tatsächlich besser darin. Die andere Gruppe, selbes Experiment, hatte dieselbe Aufgabe, aber die bekam kein Keyboard. Die musste sich das Musikstück im Kopf vorstellen, wie das ist, die Tasten zu drücken, wie das ist, wenn diese Tonabfolgen kommen und so weiter. Und interessanterweise wurden die auch besser, aber so richtig wild wird es, wenn man in das Gehirn dieser Menschen hineinschaut. Also für unsere rechte Hand, für diese Fingerbewegungen, ist der linke Scheitellappen hier zuständig. Und da kann man mit so Techniken wie Magnetfeldern, man legt ein Magnetfeld an und kann man die Nervenzellen aktivieren und kann schauen, wie viel Energie brauche ich, wie viel Magnetfeld, damit die Nervenzellen losgehen. Und letztendlich kann man dann natürlich auch schauen, wie groß ist die Fläche dieser Nervenzellen. Und da hat man gesehen, die, die das Klavierstück erlernen, bei denen wird dieser Bereich hier größer im Gehirn und die Nervenzellen aktiver. Das Verblüffende und Spannende ist aber, auch bei denen, die rein mental trainiert haben, dieses Klavierstück nur im Kopf, nur als Gedanken gespielt haben, auch bei denen wurde dieser Bereich größer und aktiver. Tatsächlich kann sich unser Gehirn verändern durch Gedanken. Und das ist natürlich eine sehr interessante Erklärung, was da alles möglich ist und was man alles in Angriff nehmen kann. Und vielleicht werden Sie sagen, okay, ja, so ein Tinnitus, das ist doch im Ohr. Oder wenn das rechte Knie schmerzt, das ist doch im rechten Knie. Nein, es gehen Signale vom Ohr ins Gehirn, es gehen Signale vom rechten Knie ins Gehirn. Aber das Geräusch oder der Schmerz, der wird im Gehirn erzeugt, ist eine Konstruktion unseres Gehirns. Und durch Training können wir da tatsächlich dann dieses Gehirn auch umprogrammieren. Und damit es nicht nur graue Theorie bleibt, vielleicht gibt es jemanden ganz Mutigen, der sagt, ich würde gerne so eine Live-Demonstration machen vor Publikum. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich habe starke Anspannung, starke Kopfschmerzen oder im Bein oder so Schmerzen, würde er gerne was ausprobieren. Wenn es da jemanden gibt, können wir das gerne probieren. Ich habe aktuell was, wie tut es da einfach, also Chemie. Hier, wie es war es. Nervig, so von 0 bis 10, wenn 0 gar nichts ist und 10, Hölle. Nein, ich meine, Hölle ist nicht, aber ist aber zwischen 5 und 6. Zwischen 5 und 6, ja super, mit Ihnen kann ich arbeiten. Kommen Sie gerne her, machen Sie es sich bequem. Probieren wir einfach mal aus, ob wir da ein bisschen Anspannung lösen können, ob sich dadurch auch irgendwo das Schmerzempfinden auch verbessert. Genau, Dankeschön. Also 5 bis 6 war es und das ist so der Bereich hier, haben Sie gesagt. Beim Harnsatz hier und es zieht. Dann mal fragen, diese Fläche, ist die eher groß oder eher klein? Wie groß werden die? So, okay, gut, ja. Und es zieht, es bewegt sich auch. Ist ein ziehender Schmerz, das ist ein bisschen bewegt. Okay, und die Form, diese Fläche hat ja eine bestimmte Form, ist die eher zackig, eher rund? Gerade, wie ein Kreuz, okay, ja. Okay, es zieht, ist wie ein Kreuz, ja. Wenn Sie hingreifen würden in den Gedanken, wäre die Stelle eher heiß oder eher kalt? Heiß. Und eher glatt oder eher rau? Ich bin sehr neugierig. Glatt, glatt, heiß, okay. Es zieht wie ein Kreuz. Okay, dann schließen Sie einfach mal die Augen. Gehen Sie mal in den Gedanken zu dieser Stelle hin. Und versuchen Sie mal zu spüren, welche Farbe dort für Sie stimmig wäre, die mit dem Ziehen einhergeht. Können Sie da so eine Farbe bestimmen? Rot-Gelb? Wie Feuer. Feuer-Rot, kann man sagen? Oder was wäre das für ein Rot? Oder generell, wie man es aus dem Feuer kennt, so das Rot und das Gelb dabei. Okay, alles klar. Und Sie sagen, das zieht auch so ein bisschen in eine bestimmte Richtung. Okay. Ich schaue mal, ich berühre Sie nicht, aber ich tue so, als würde ich da so ein bisschen dran ziehen. Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass da was passiert. Und mal schauen, ob da was in Bewegung kommt. Ob das vielleicht sogar gelingt, da ein bisschen was rauszuziehen. Ich probiere es einfach, so gut es geht. Es muss sich nichts tun, es kann sich was tun. Okay. Ist das so angenehm oder? Neutral. Okay, gut. Jetzt stellen Sie sich so in Gedanken vor. Links vor Ihnen wäre so unten ein Kübel am Boden. Ein Kübel mit weißer Farbe und da ist ein Pinsel drin. Und ich gehe zu dem Kübel, greife nach dem Pinsel, nehme da von der weißen Farbe was raus. Und ohne sie zu berühren, ich tue so, als würde ich hier weiße Farbe auftragen. Pinselstrich für Pinselstrich, Schicht für Schicht. Trage ich hier weiße Farbe auf. Von oben nach unten, von unten nach oben. Quer, von links nach rechts, von rechts nach links. Und wir können sogar so ein bisschen rund verteilen, also einfach vermischen. Schauen Sie sich mal vor, wie das wäre, wenn diese weiße Farbe einzieht. Durch die Haut wie so eine Salbe oder wie eine Creme. Wenn die so durch die Haut durchgeht. Und dann vom Gewebe aufgenommen wird. Wie ein Badeschwamm, der sich mit Wasser vollsaugt. Spüren Sie da einfach mal rein, wie das wäre, wenn das Gewebe sich vollsaugt mit dieser weißen Farbe. Jeder Muskelstrang, jede Zähne von dieser weißen Farbe durchdrängt wird. Pinselstrich für Pinselstrich wieder weiße Farbe. Zieht ein und wird vom Gewebe aufgenommen. Spüren Sie einfach mal hinein. Wie das wäre. Und vielleicht können Sie sich sogar vorstellen, wie das wäre, wenn Sie so von oben in Gedanken runterschauen. Von vorne, von hinten, von links, von rechts, von oben jedenfalls. Und mal schauen, ob diese weiße Farbe sich gut verteilt hat. Oder ob Sie noch irgendwo weiße Farbe haben wollen. Oder ob es vielleicht sogar eine andere Farbe noch gäbe, die für Sie noch entspannender wäre. Noch angenehmer wäre. Weil es passt. Und hat sich das auch gut verteilt? Oder hätten Sie noch gerne wo weiße Farbe? Beim Querstrich. Okay, dann machen wir doch noch so. Ein bisschen weiße Farbe. Genau. Lassen die einziehen. Wirken. Und schau einfach mal, was passiert. Wenn Sie da so von oben beobachten, wie die Farbe einzieht, vom Gewebe aufgenommen wird. Jeden Muskelstrang, jede Sehne, ja jede Zelle durchdringt. Und sich dieser Bereich wunderbar entspannen kann. Und diese Farbe wirkt auch jetzt weiter. Sie können sich so in Gedanken vorstellen. Vor Ihnen wäre eine Zielscheibe, die kann aus Wasser sein, aus Luft sein. Egal. Die Idee ist, dass Sie bei drei durch diese Zielscheibe in Gedanken durchspringen. Da gibt es einen mittleren Punkt, so eine schwarze Fläche. Und da können Sie dann so durchtauchen. Und wenn Sie auftauchen, dann lassen Sie einfach das alles, was an Anspannung da ist, hinter sich. Tauchen Sie auf und spüren Sie so richtig, wie das ist, mit Entspannung und neuer Energie da herauszukommen. Passt das dann? Okay. Eins. Dann stellen Sie sich schon vor, wie das dann sein wird, da durchzutauchen. Sie freuen sich schon auf diesen Sprung. Sind schon bereit. Zwei. Sie gehen schon in diese Sprungposition und gleich geht es los. Sie freuen sich. Und drei. Dauchen Sie durch die Zielscheibe durch. Wenn Sie möchten, schütteln Sie alles, was noch an Verspannung da ist, ab. Und dauchen Sie einfach auf und genießen Sie einmal, wie das ist. Die Anspannung, Stress, den Schmerz hinter sich zu lassen. Und ich zähle wieder ganz langsam bis fünf. Bei fünf können Sie die Augen öffnen, sind hellwach und frisch. Eins. Atmen Sie einfach mal tief ein und aus. Zwei. Die Schultern gehen so ein bisschen zurück. Der Kopf nach oben. Die Haltung wird aufrechter. Drei. Stellen Sie sich vor, wie das wäre, wie wenn frisches Quellwasser den Kopf umspült, alles frisch und klar wird. Vier. Vier. Sie Ihre Lungen mit Sauerstoff vollpumpen. Und fünf. Sie in Ihrem eigenen Tempo. Die Augen öffnen, sind hellwach und frisch. Es geht Ihnen gut. Einfach mal ein bisschen nachspüren. Genau. Wenn Sie möchten. Man kann sich da auch gehen, anstrecken. Und jetzt, ich bin einfach nur neugierig. Es muss sich nichts verändert haben. Es kann so von null bis zehn. Wie fühlt es sich denn jetzt an? Zwischen zwei und drei. Es brennt auch nicht mehr so. Super. Vielleicht wirkt es ja weiter und schafft es, da alles zu löschen und alles in die Entspannung zu bringen. Nervige Brenn ist weg. Super. Vielen Dank, dass Sie sich diesem Experiment gestellt haben. Dankeschön. Ist ja nicht so schlecht, oder? Von fünf bis sechs auf zwei bis drei runter. Eine Halbierung des Schmerzes innerhalb von wenigen Minuten. Das ist keine Schmerzbehandlung, sage ich gleich dazu. Es geht darum, die Anspannung zu lösen. Also Schmerz erzeugt Anspannung. Anspannung fixiert den Schmerz. Es ist ein Teufelskreis. Und wenn es uns gelingt, die Anspannung zu lösen, kann sich dann auch zum Beispiel der Schmerz unter Umständen lösen. Und unter Umständen sogar ganz weg sein. Vielen Dank fürs Experiment. Und mit einer Botschaft möchte ich Sie dann noch entlassen. Und diese Botschaft ist mir besonders wichtig. Nämlich, und da kommen wir wieder zu diesem Thema der Psychohygiene und dieser Pflege unseres Gehirns und unserer Gedanken. Wir bringen jeden Tag unser Haar in Ordnung. Warum nicht auch? Unsere Gedanken. Halt indische Weisheit. Vielen Dank. Applaus Halt indische Weisheit. Vielen Dank. Applaus Halt indische Weisheit. Vielen Dank.